Die Würde des Menschen ist unantastbar und sie gibt allen Menschen einen unendlichen Wert. Die deontologische Ethik lässt hier gar keinen Spielraum. Aber wie sieht das dann bei Fragestellungen wie zum Beispiel dem autonomen Fahren aus? Dazu greift Doktorin Loh ein klassisches moralisches Dilemma auf, nämlich das Trolley Problem, in dem die Frage gestellt wird, ob eine Gruppe Menschen mehr oder weniger wert sein soll als eine Einzelperson. Setzen Sie sich doch mit diesem Gedankenexperiment auseinander und stellen Sie dabei Ihren Moralkodex auf eine Probe. Brauchen Autos so etwas wie ein Navigationssystem für Moral? Und muss dieses Navi bei Ländergrenzen auf die jeweils örtliche Moral umgeschaltet werden? Es stellt sich die Frage, auf Basis welcher Daten ein autonomes Fahrzeug seine Entscheidungen treffen soll. Und Doktorin Loh wirft dazu eine Reihe interessanter ethische Fragestellungen auf. Wie wir mit diesen Fragestellungen umgehen können, erfahren Sie im folgenden Video. Als nächstes würde ich Ihnen den Bereich des autonomen Fahrens vorstellen. Die meisten, die vom autonomen Fahren sprechen, haben direkt irgendwie die absolute Stufe, die fünfte Stufe, würde man sagen, des autonomen Fahrens vor Augen. Da sind wir bis auf Weiteres erst mal noch nicht. Man unterscheidet erst mal seit dem Bericht der Arbeitsgruppe Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung der Bundesanstalt für Straßenlesen von fünf Stufen des autonomen Fahrens. Man spricht einmal vom assistierten Fahren, das eben derzeit bei den meisten Autos zum Beispiel in Form eines Tempomats bereits möglich ist. Dann zweitens das teilautomatisierte Fahren, dann drittens das hochautomatisierte Fahren, das vollautomatisierte Fahren sowie schließlich das fahrerlose Fahren, wo dann einfach nur eine Person einsteigt, vielleicht durch ein Sprachbefehl oder durch die Eingabe eines Befehls das Ziel angibt und dann letztlich nicht mehr in den Fahrprozess eingreifen kann. Da sind wir noch lange nicht. Wir bewegen uns gerade an der Schnittstelle zwischen dem dritten und der vierten Stufe. Das Ganze basiert aber auf dem sogenannten Wiener Übereinkommen mit dem Straßenverkehr, das seit 1968 gültig ist und das wir modifizieren müssen, um überhaupt auf die nächste Stufe des automatisierten Fahrens zu gelangen. Bislang ist es so, dass das Wiener Übereinkommen eigentlich immer vorgibt, dass die Fahrzeugführerin, der Fahrzeugführer die ganze Zeit die Kontrolle über das Auto haben muss. Aber man ist gerade eben dabei oder man hat es soweit schon seit 2014 modifiziert, dass die menschliche Fahrzeuginsasse, der Fahrzeuginsasse zumindest jederzeit in der Lage sein muss, die Kontrolle über das Auto wieder zurückzunehmen, sich anzueignen. Tatsächlich ist 2015 weltweit die erste Ethikkommission zum autonomen Fahren in Deutschland eingerichtet worden, die sich eben genau mit den ethischen Fragen beschäftigt, die beim autonomen Fahren aufgeworfen werden. Natürlich komme ich an dieser Stelle schon ein bisschen zumindest zu den philosophischen Fragen. Die Ethikkommission hat 2017 ihren ersten Bericht vorgelegt und hat dort sich, wenn man so will, gegen das utilitaristische Kalkül oder eine utilitaristische Programmierung selbstfahrende Autos ausgesprochen. Sie haben gesagt, bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen in Klammern Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution strikt untersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist untersagt. Das ist ein Ausspruch der Ethikkommission gegen eine utilitaristische Berechnung der potenziellen Opfer in einer solchen Situation oder derjenigen, die potenziell zu Schaden kommen können. Man spricht hier ganz häufig von dem sogenannten Trolley-Case-Szenario. Das ist ein Gedankenexperiment, das von Philippa Futh in der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt worden ist und das jetzt gerade im Rahmen des autonomen Fahrens nochmal neue Berühmtheit erlangt und ganz, ganz häufig auch von Seiten der Industrie zitiert wird. Und dieses Gedankenexperiment, das wir Philippa Futh zu verdanken haben, beziehungsweise eigentlich das auf zwei Rechtswissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum zurückgeht, dieses Gedankenexperiment wird aus naheliegenden Gründen eben auch das autonome Fahren übertragen. Da fragt man dann sowas wie, was muss ein autonomes Auto tun, das in eine solche Dilemmasituation kommt? Stellen Sie sich vor, da laufen irgendwie zwei Kinder spontan über die Straße. Sollte das autonome Auto, gesetzt den Fall, es kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kann nicht mehr irgendwo in den leeren Raum, da wo niemand zu Schaden kommt, hinlenken, was soll es machen? Soll es die Kinder über den Haufen fahren? Soll es in den Gegenverkehr leiten? Soll es vielleicht, keine Ahnung, links den Abhang runterfahren und damit die Person, die im Auto sitzt, zu Schaden bringen? Das ist sozusagen der Versuch, dieses Trolley-Case-Szenario auf das autonome Fahren zu übertragen. Das Problem ist dabei, dass von Seiten der Industrie ganz häufig dieses Gedankenexperiment, was letztlich eigentlich unsere moralischen Intuitionen wachrufen soll, benutzt wird, als wäre es ein Problem, auf das es eine einzige richtige Antwort gibt und dass man nur lange genug suchen muss, um die korrekte ethische Antwort zu finden, die dann helfen soll, um autonome Autos in einer bestimmten Weise zu programmieren, um sie marktfähig zu machen und eben auf unsere Straßen zu bringen. Und das ist ein Problem deswegen, weil Sie erinnern sich an den Anfang der Vorlesung, weil ich ja gesagt habe, es gibt unterschiedliche ethische Traditionen, die keinerlei empirische Richtigkeit oder so beanspruchen können. Selbst wenn man eine Million Menschen fragen würde und davon irgendwie die Hälfte oder über die, sagen wir 70 Prozent, sagen würden, ja, die deontologische Ethik oder die deontologische Verfahrensweise ist irgendwie die richtige, ist das noch lange kein Kriterium dafür, zu sagen, die deontologische Ethik ist die korrekte oder die richtige Ethik, die wir demzufolge einem solchen autonomen Auto programmieren sollten. Das ist das Problem mit, oder die Herausforderung, die sich uns stellt, die eigentlich mit Blick auf alle Roboter virulent wird, aber sich sehr schön eben am autonomen Fahren zeigt. Was die Ethikkommission zumindest bislang gemacht hat, ist, wie gesagt, der utilitaristischen Programmierung eine Absage zu erteilen, indem sie gesagt hat, man darf in keiner Weise eine Aufrechnung von Opfern vornehmen. Stellen Sie sich vor, da laufen irgendwie drei Ärztinnen über die Straße, die gerade auf dem Weg zur Mittagspause sind. Und auf der anderen Seite haben wir einen obdachlosen Menschen, der irgendwie unter der Brücke schläft. Das Auto mal Auto wäre nicht befugt, dürfte nicht sich in irgendeiner Form entscheiden, das Leben beispielsweise der drei Ärztinnen zu verschonen und dann den obdachlosen Menschen in Gefahr zu bringen. Das wäre eben ein solches utilitaristisches Kalkül. Wir dürfen nicht nach Beruf, nach Alter, nach Geschlecht, nach Anzahl entscheiden, weil jede Form einer solchen Entscheidung in irgendeiner Weise willkürlich wäre. Das, was für den einen irgendwie wichtig ist, beispielsweise der Beruf, ist für den anderen nicht so wichtig. Das, was für den einen vielleicht interessanter ist, die Anzahl ist für den anderen uninteressanter. Das heißt, eine solche Festlegung auf bestimmte Charakteristika wie Alter, Geschlecht, Beruf und so weiter, ist in irgendeiner Form immer willkürlich. Deswegen hier die Absage an die utilitaristische Programmierung. Mein Vorschlag, und das ist nichts, was die Ethikkommission gesagt hat, an dieser Stelle wäre, naja, wir haben ja eigentlich schon im Rahmen des Grundgesetzes in Form von dem Prinzip, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, einen gewissen Marker, der uns eigentlich helfen könnte, in dem Moment dem autonomen Auto eine gewisse Entscheidung zu geben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist, wenn man so will, ein deontologischer Grundsatz. Und die Würde des Menschen ist etwas, was jedem menschlichen Wesen einen unendlichen Wert gibt. Aufgrund der Würde ist jedes menschliche Leben unendlich viel wert. Da können Sie noch so viel addieren. Mathematisch gesehen ist unendlich plus unendlich immer noch unendlich. Das heißt, zwei menschliche Leben sind genauso unendlich viel wert wie drei oder zehn oder hundert oder eine Million Menschen. Das heißt, nach diesem Grundsatz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, zu folgen, müsste man eigentlich, und nochmal, das ist das, was ich persönlich sage und nichts, was die Ethikkommission gesagt hat, müsste man eigentlich sagen, das autonome Auto muss dem vorher, dem zu Anfang der Fahrt einprogrammierten Fahrweg folgen. Egal wer und wie viele Menschen dadurch zu Schaden kommen. Auch wenn es die Fahrzeuginsassen wären oder die drei Ärztinnen oder der obdachlose Mensch oder die drei Kinder oder wer auch immer. Es stellen sich hier auf jeden Fall sehr schnell sehr viele philosophische und vor allen Dingen auch ethische Fragen ein beim autonomen Fahren. Zunächst einmal, und das habe ich gerade schon angefangen zu diskutieren, welche moralischen Grundsätze sollten autonome Autos, die zuvor von den ProgrammiererInnen implementiert wurden, haben, um bei drohender Gefahr im Straßenverkehr über das geeignete Fahrmanöver entscheiden zu können. Anhand des Trolley-Case-Szenarios habe ich Ihnen gerade schon versucht auseinanderzusetzen, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu entscheiden. Und ich halte es für einigermaßen fragwürdig, dass wir da an eine allgemein verbindliche Lösung kommen werden. Aber natürlich kann und muss man darüber diskutieren. Wer ist verantwortlich, wenn das selbstfahrende Auto einen Unfall hat, eine Person anfährt und so weiter. Auch das ist eine Frage, die ich gerade mit dem Trolley-Case-Szenario schon andiskutiert habe. Wie soll mit dem sogenannten Trolley-Case, Trolley-Problem umgegangen werden? Den Punkt überspringe ich, das habe ich gerade schon sehr viel diskutiert. Dann aber auch ein weiterer sehr interessanter Punkt, wie soll mit unterschiedlichen ethischen Traditionen umgegangen werden, wie etwa in a Österreich, b Europa, c global. Als kleines Gedankenexperiment können Sie sich da vorstellen, brauchen wir dann sowas wie ein ethisches Navigationssystem. Aber das Problem scheint ja schon zu sein, wenn wir a in Österreich schon gar nicht genau wissen, nach welchen ethischen Prinzipien ein solches Auto sich verhalten sollte, wie wird das Ganze dann erst, wenn es irgendwie die Landesgrenze übertritt oder eben wie gesagt global irgendwo durch die entgegenfährt. Brauchen wir dann ein solches ethisches Navigationssystem, das sich dann an der Grenze eines Landes automatisch umstellt und dann irgendwie nach den, wie auch immer vorher vorgegebenen ethischen Grundsätzen des anderen Landes sich verhält? Einigermaßen schwierig. Genau, und ein Punkt, der häufig vergessen wird in der Debatte, habe ich das Gefühl, wie wird das autonome Fahren unsere Städte und unser Zusammenleben in diesen verändern? Weil ja natürlich, wenn wir zumindest uns irgendwann in einer Zukunft vorstellen, dass ausschließlich autonome Autos unterwegs sind, die ja auch in einer bestimmten Weise mit anderen Autos und mit ihrer Umgebung in einer anderen Weise interagieren als die Autos, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, dann ist anzunehmen, dass wir das nicht einfach, dass wir nicht einfach unser Zusammenleben beziehungsweise die Straßenführung und die Architektur unserer Städte genauso haben können, wie wir sie jetzt haben, sondern dass sich unsere Umwelt gewissermaßen anpassen muss. Und genau, also da stellt sich natürlich auch die Frage vor allen Dingen, was das Zusammenleben anbelangt, wie eben das autonome Fahren das Verhalten beispielsweise von Passanten auf den Straßen verändern wird oder beeinflussen wird und ob wir uns als Passanten dann auch irgendwie anders auf den Straßen verhalten müssen, damit autonome Autos da irgendwie korrekt oder richtig unterwegs sein können.